Mein Name ist Wolfgang Faber. Ich bin IT-Leiter Basisdienste an der dualen Hochschule in Heidenheim und dort seit 2002 tätig. An der Arbeit an der DRBW Heidenheim macht mir besonders viel Freude, dass wir sehr unterschiedliche Fragestellungen, sehr abwechslungsreiche Themengebiete bearbeiten dürfen. Neben meiner Tätigkeit als Leiter der Basisdienste bin ich auch musikalisch sehr aktiv und bin dort Bandleader der Mad Props, unserer Professoren- und Mitarbeiterband. Also Musik habe ich als kleiner Buch mit neun angefangen zu machen als Gitarrist in einer Zittergruppe. Also vor den Auftritten hatte jeder seine Anspannung und es gibt natürlich Kollegen oder Kolleginnen, die näher aufgeregt sind, andere nehmen das eher gelassen hin. Aber natürlich, wenn man vor tausend Leuten steht und auf der Bühne dann die Menge vor sich sieht, macht das natürlich sehr viele Emotionen und ich denke auch, dass das auch ein Ziel ist, immer wieder mal von der anderen Seite sich zu zeigen und auch nicht nur den Prof zu geben oder den Mitarbeitern zu zeigen, sondern dass man auch etwas locker gelöst auf der Bühne stehen kann und da eben auch Rocknummern runterspielen kann von der Bühne und die Leute dann einen ganz anders auch sehen und das wird auch sehr oft mit sehr viel Beifall bewertet.